So, also Beschleunigung, richtig tief gehen und abdrücken aus dem Bein, immer außen auf eine Stellung, los geht's, komm runter, auf Rückhand umschalten, jawohl, und schnell, jetzt komm, versuch es immer gleich direkt zu machen, dass du gleich nach der Rückhand wieder, jawohl, so sieht's aus, genau, gut, Oberkörper ist aufrecht und schneller, komm, jawohl, ok, prima, und jetzt kommen die schnelle Bälle an den Kopf, jawohl, super, offene Stelle, sehr guter Tempo, komm, den machen wir nochmal, runter, rück dich ab, ja, und schnell, gut, richtig schnell abdrücken, schneller Schläger, komm, tief, runter, und explosiv raus, ok, hoch, komm, komm, probier noch mal abzuspüren, hopp, und keinen Ball auf den Fniff, ja, komm, raus, offene Stellung, den machen wir gleich nochmal, drück dich auf links ab, ja, komm, wo ist das Tempo, richtig tief gehen, vorhandrücken, ist egal, einer fängt an, komm, und richtig runter nochmal, hopp, großer Schritt, jawohl, jetzt sieht's besser aus, und drück dich explosiv ab, und schneller Schlägerkopf, ich hör nichts, das muss pfeifen, komm, ja, 10 Minuten, können wir auch nichts machen, ja, der liegt bereit, hopp, und du willst die tief gehen, komm, raus auf die Beine, jawohl, gut, offene Stelle, komm, rück dich ab, und kein Ball darf ins Netz hier, das geht gar nicht, ruhig die Höhe, komm, raus, ja, auf, komm, keine Bälle, WOW WPER WRAE WRAE Untertitelung des ZDF, 2020